einen schönen guten tag wünsche ich euch heute am 8 mai muttertag bitte dran denken oder auch nicht ich habe nie daran gedacht ich habe immer mit meiner mutter den tag der internen den internationalen tag der frauen gefeiert den ich aber leider auch vergessen habe also von daher ja gut okay aber ansonsten war meine mutter immer für mich da 335 tage im jahr nicht nur am 8 oder an einem sonntag gut das nur da vorweg falls ihr jetzt ein schlechtes gewissen kriegt schaltet das einfach eine woche war ich nicht da hoge häcksel der ort wo wir urlaub gemacht haben eine woche entspannen lesen spazieren gehen fahrrad fahren das ist ja dort sehr schön und wirklich ganz toll die fahrradwege in holland also muss ich sagen bin ich immer wieder fasziniert da können wir uns hier eine scheibe von abschneiden wie gesagt ein bisschen was gelesen habe ich auch mit drei büchern bin ich jetzt heute hier diesmal ist es total crime time also nur kriminalromane einen leichten locker flockigen zwei etwas heftigere oder einen mittel heftigen ein heftigeren aber ich hoffe die die krimis mögen guckt weiter und alle anderen die krimis zum kotzen finden naja tut mir leid heute ist es halt nur kriminalroman der erste den ich gleich mal euch in die linse halten will ist das buch rapunzels ende von eva klingler ein badischer krimi der emmons verlag hier aus köln hat sich in die akten geschrieben dass sie gute kriminalromane schreiben möchten und man muss sagen seit ein paar jahren machen sie das jetzt hut ab es sind tolle krimis nicht 100 prozent also alle krimis gefallen einem mit sicherheit nicht sie machen viele im halbjahr aber es ist immer so ein dutzend bis 20 stück dabei wo ich sage wow die sind also echt lesenswert tolle deutsche krimis so tatortniveau also wer tatort mag kann ich diese reihe bestens empfehlen also diese krimi reihe von emmons die quer durch deutschland spielen diese halt hier in baden und es ist ein weiterer fall von sven der tobler einer jungen oder mittel mitte 30er frau die eigentlich nichts zu tun hat denn sie ist reich verheiratet und lebt in ihrer sphäre sie ist so ein bisschen nervig wenn sie also von sich erzählt es ist eine ich form geschrieben wenn sie uns erzählt was sie gerade wieder anzieht und wenn sie wohin geht was da angezogen werden muss top marken vieles für mich unbekannt deshalb kann ich nicht sagen ob das jetzt echt ist oder ein fake aber ich finde es total selbstironisch wie das hier rüber gebracht wird die normalen menschen sie will ein buch schreiben aus recherchegründen um sich dort in diesem verlag ein zu arbeiten und wie kauft man billig ein das ist natürlich überhaupt nicht ihre welt warum ist in diesem verlag ja sie sucht ein liebesnest für sich und ihren hauptkommissar hagen den mit denen so ein techtel mechler schon auch mehr verbindet und da stößt sie auf eine leiche in einer alten mühle und ist natürlich neuer schon will diesen fall mal wieder so mit bearbeiten als laiendetektiven und stößt dann in ein wespennest von intrigen von heuschelei und von weiteren morden es ist locker geschrieben es ist recht amüsant zu lesen auch wenn es die toten dies hier geben wird nicht so toll fänden wenn es echt wäre man kann es lesen man kann es locker weg lesen wie gesagt ein guter tatort der jedem zu empfehlen ist wer schöne deutsche kriminalromane lesen möchte vom spannungs von der schnelligkeit her ruhiger aber trotzdem mit sehr viel spaß und augenzwinker das gilt für den nächsten nicht so sehr wenn man damit augenzwinkernd dann eventuell eher vor ende setzen sarah blaudel der fahrt des todes sarah blaudel ist eine dänische kriminalautorin die jetzt hier mit ihrem zweiten fall der luisa rick in die öffentlichkeit kommt und dieser fall ist besonders dramatisch weil es in einer gegend spielt wo noch sehr viel der mythos herrscht die leute noch heidnischen bräuchen folgen und auch wieder einer religion heidnische religion folgen mit tor und co sozusagen und dort werden rituale abgehalten und auch die mannbarkeit der jünglichen einer wird 15 und wird dann in die welt der männer aufgenommen das läuft total aus dem ruder der junge haut ab und verschwindet in den wäldern wird vermisst und durch fotoaufnahmen von einem naturfotografen der so sensoren dort im wald versteckt hat um füchse zu fotografieren da taucht dieser junge auf einem bild auf er kommt wird als vermisst gemeldet die polizei kümmert sich mehr schlecht als recht darum weil auf dieser insel ja nicht sehr viel passieren wird bis man eine leiche findet einer jungen frau und dann auch das mit dem jungen in verbindung setzt dann fängt der fall an aufzurollen und die kommissarin die auch selbst aus der gegend kommt und fast alle beteiligten dort und verdächtigen kennt noch aus ihrer jugendzeit das macht die sache natürlich für sie nicht leichter und auch sie muss sich durchsetzen in dieser männerwelt von machos von idioten von arschlöchern also es ist nicht schön super spannend toll geschrieben und wir lesen es bis zum schluss voller spannung wer alles da drin hängt ist einfach irre und was noch ans tageslicht kommt das ist leider sehr bedauernswert aber tolles buch schöner dänischer krimi nicht so düster wie die vielen skandinavischen die in schweden und auch finland spielen etwas frischer trotz allem trotz dieses themas einen dritten habe ich auch noch und der ist der absolute top krimi wenn man es recht blutig haben möchte dann kann ich sagen hier fließt das blut literweise andreas gruber kein unbekannter für viele kriminalfreunde rache herbst es ist wieder ein krimi aus der krimi serie mit dem walter oh man pulaski also mit dem namen das wird nichts mehr in diesem leben mit dem walter pulaski der in einem fall ist er mittlerweile kein mordkommissar mehr der ist ja am lka ausgetreten ist jetzt wieder ein normaler polizist und er kommt an einen tatort weil er der eben dann als normaler polizist zuerst absichern muss wo eine junge frau unter einer leipziger brücke gefunden wird ermordet völlig ausgeblutet und ja einfach eine tote junge prostituierte nadia mit namen man findet auch schnell heraus wie sie heißt wo die eltern wohnen aber trotzdem es ist ja nur eine prostituierte man muss sich dort nicht weiter drum kümmern er kümmert sich aber auch weiter drum zusammen mit der frau mit der mutter dieses toten mädchen die noch eine schwester hatte die auch verschwunden ist und er kommt nach und nach dahinter dass es kein einzel mord war sondern dass sich die spur quer durch europa zieht und er macht sich mit dieser frau die auch total nervig ist aber man kann es verstehen ihre tochter sei ermordet worden und sie sucht die jüngere 16 jährige Tochter auch noch denn man weiß ja nicht was mit ihr ist lebt sie noch oder ist sie auch schon gestorben also man kann die mutter verstehen dass sie da völlig durchdreht und sachen macht die man unter normalen umständen nicht machen würde sie strapaziert weiter polaski unwahrscheinlich es nervt ihn total was ich wiederum verstehen kann aber wie gesagt man kann beide seiten verstehen das buch lebt von der spannung pur man liest es durch in einem ruck und ist fasziniert und wie gesagt es fließt viel blut aber es ist in den logischen zusammenhängen wirklich wieder toll konstruiert der hat sich super heraus gemacht der andreas grober und wenn man von ihm was liest das ist immer eine bank wenn man also tolle spannende thriller psychische thriller mag greift ihn euch holt ihn euch liest ihn und vergesst für ein paar stunden die wirklichkeit jo das war es dann auch schon wieder aus unserer kleinen bibliothek hier in essen ich hoffe für eur krimi fans war etwas dabei ich lese jetzt weiter für die nächsten tage heute gut schwiegermutter tag mutter gibt es nicht mehr da werden wir hingehen es ist einfach so und dann kann ich natürlich nicht lesen wäre unhöflich aber ich werde noch genug zeit haben denn nach morgen fängt die arbeit wieder an wünsche euch alle eine gute woche und bis zum nächsten sonntag so hoffe ich macht's gut und tschüss